So, liebe Leute, wir sind zurück bei Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben auf Seekoppshof. Wir haben den Inhalt der Truhe bekommen, ein Buch, das wir so nicht lesen können, aber ich denke, dass der gute Pyrocar mehr damit anfangen kann. Und ich hoffe, dass es ihm als Vertrauensbeweis ausreicht und der deswegen dann halt entsprechend zu Xardas, beziehungsweise mit Xardas und Vatras das Ritual durchführt. Wir können es halt, wie gesagt, wie ihr gesehen habt, nicht lesen. So, haben wir eigentlich schon alles hier hinten im Wald erkundschaftet? Hier gab es nichts mehr, ne? Ich muss mal eben kurz auf die Map gucken. Okay, ich würde gerne jetzt nochmal hier in die Richtung gehen und so ein bisschen hier den östlichen, den südöstlichen Bereich nochmal gucken, ob hier was ist, was ich erledigen kann, muss, sollte. Ich weiß zum Beispiel, dass es dort irgendwo noch diese Art Geruft gab und irgendwie kann man da auch noch ein Geheimnis lüften. Ich muss mal gucken. Vielleicht finde ich auch noch raus, wie das funktioniert. Das war so eine Geruft in der Nähe von Onas Hof. Und ich habe halt in Erinnerung, dass man da irgendwie reinkam. Ich habe halt nur ganz ehrlich vergessen, wie das genau ging. Hier waren wir wirklich fleißig, hier haben wir wirklich nichts übersehen. Kein einzelner Mob, der hier noch irgendwie am Leben ist und hier rumkreucht und fleucht. Nur die Schafe hier und die darf ich halt, wie gesagt, nicht erledigen. Ich frage mich, was hier vorher mal war, weil hier ist ja anscheinend echt bei Ona echt was abgebrannt hier, ne? Also hier muss ja mal was gestanden haben. Vielleicht waren das die Milizsoldaten aus der Stadt, als Ona noch nicht bezahlt hat, beziehungsweise als Ona noch nicht die Säden hatte und sich weigerte zu zahlen, als Antwort quasi. So, das ist der, äh, die Gruft, die ich meinte. Und ich habe halt in Erinnerung, dass man hier irgendwie reingekommen ist. Ich habe halt irgendwie nur vergessen, wie. Guck mal, hier war ich auf jeden Fall noch nicht drin. Ich weiß halt nicht mehr, ich weiß auch gerade ehrlich gesagt nicht, äh, wo man hier, wo hier sich was öffnen könnte. Was erklären könnte, warum man hier einen Schalter vermuten würde. Aber wie gesagt, ich habe das in Erinnerung. Ja, vielleicht irre ich da auch einfach. Hier draußen vielleicht irgendwo ein Schalter gewesen. Hier ist nix. Hm. Ja, vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Und ich bilde mir das ein. Vielleicht so ein... ...die Lampe bewegen. Nee, hier ist nix. Keine Ahnung. Also ich habe, äh, irgendwie in Erinnerung, dass hier irgendwie der Boden weggegangen ist und dass man dann hier runtergehen konnte. Aber anscheinend habe ich mich da geirrt. Also ich kann es auch nicht mehr beschwören, ist das Problem. Also ich... Ich habe es in Erinnerung, aber die könnten mich jetzt auch einfach mal wieder täuschen. Ja, das ist ja schon öfter vorgekommen. Und, ähm, ich würde auf jeden Fall nicht drum wetten. Aber ich habe halt letztens auch mal wieder ein bisschen, als ich mich über die Geschichte mit Kronos informiert habe, ein bisschen gestöbert in den Gothic-Foren, in verschiedenen, ähm, ja, Wissensbanken, in den Datenbanken, die es so zu Gothic gibt. Und da bin ich auch irgendwo auf diesen, auf diesen, ähm, auf diese Gruft gestoßen. Ja. Guck mal kurz im Heim an hier. Ah. Hier scheint aber wirklich alles wirklich ganz sauber erledigt worden zu sein. Hier ist ja wirklich nichts mehr am Leben. Nichts, kein Skelett, kein Monster, hier sind nochmal ein paar Pilze, das wundert mich. Aber kein Monster, nix. Nix, nix, nix. Weit und breit vor allen Dingen nichts, ne? Ah, hier sind wir wieder bei der, ne, ist das ja nochmal eine andere Gruft, ne? Was ist das denn hier? Vielleicht war es ja die Gruft und nicht die bei, ähm, ja, das könnte natürlich sein. Das ist nochmal eine andere. Vielleicht war das die mit dem Geheimschalter. Hä? Warum, 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 warum war ich hier noch nicht? Hä? Ich war hier noch nicht. Wieso? Warum zur Hölle? Vielleicht war es das hier mit dem Geheimgang. Oh, guck mal, ein Schalter. Okay. Das sieht doch alles ganz gut aus. Vielleicht gab es hier einen Schalter. Ja, das wäre durchaus möglich. Dann ist das diese Gruft hier, die ich in Erinnerung hatte. Eventuell. Rustige Schwert. Alles wird gut. Zwei Feldknöterische. Oh, ich speichere mal. Ich habe hier einen gewissen Respekt vor. Hier. Ja, das war's. Halleluja. Ich bin jetzt aus Versehen zweimal betätigt. Ja, jetzt passiert's. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Liebe Leute. Ich hab halt keine Ahnung, was da unten auf mich wartet, ne? Oh. Das ist keine Treppe, sondern das sind solche Stufen. auch sehr interessant. Oh, sehr interessant. Ay Karamba. Das sieht nicht... nicht ganz ungefährlich aus. Okay. Hier werden ein paar miese Viecher warten. Alter Brief. Den lese ich doch jetzt mal direkt erstmal. Mal ein bisschen weiter hier. In Deckung gehen. Ein alter Brief. Mit zittriger Schrift geschrieben. Ich habe versagt. Meine Bemühungen, Inubis auf den Pfad der Rechtschaffenen zurückzubringen, waren vergebens. Erst dachte ich, ich sei tot. Doch es steckt noch Kraft in den alten Knoten Ivans. Inubis ist wieder auferstanden von den Toten. Verbannt vom alten Orden der Paladine sind er nun nur noch nach Rache für seinen Fluch. Viele seiner Anhänger sind ihm gefolgt. Ich weiß nicht, wie's passieren konnte, dass ein Feldherr wie Inubis so dem Bösen verfällt. In dieser Krypte habe ich sein Grab gefunden. Doch ob ich jemals einem Menschen davon berichten kann, ist nicht gewiss. Darum schreibe ich diese Zeilen in der Hoffnung, dass sie gefunden werden. Seid gewarnt. Ein mächtiger Feind. Steckt seine... Streckt seine Klauen nach den Seelen der Rechtschaffenen. Inubis wird nicht der Letzte sein. Möge ihn aus eurer Seele beschützen. Ivan. Okay. Inubis. Ein böser Paladin. Na, bravo. Das bedeutet, dass wir hier auf einen Gegner treffen, der uns wahrscheinlich mehr als gewappnet sein wird. Gucken wir mal erst mal ein Blastviech da. Kryptowächter. Der konnte ja nix, ne? Alter Messing. Schlüssel. Schlüssel vom Skelett in Raum Nummer 1. schwarzes Erz. What the fuck? What the fuck? Was war das für ein Geräusch? Habt ihr das gehört? Oh, mein Gott. Oh. What the fuck? Are you fucking kidding me? Alter. Alter. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz, ne? Ah, fuck. Eieieiei. Eieieiei. Ah ja, das ist dieser, dieser, äh, Zeiteffekt, den du erwähnt hattest, Anja, ne? Jetzt haben wir alles so im Slow-Motion. Oh, fuck. Come here. Ja. Oh, fuck. Ah, shit. Ja. Das ist diese Slow-Mo. Ähm. Bringt mir nur nicht so sonderlich viel, hab ich das Gefühl. Bringt mir nicht so sonderlich. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich bin weg. Ja? Das war nicht so wie geplant. Könnt ihr vergessen. Diese Krypta ist eine Nummer zu hoch für uns. Ohne Paladin-Rüstung, ohne, ohne richtiges Equipment. Kann ich das vergessen? Meine Lieben. Die Krypta ist eine Nummer zu hoch für uns. Ja, das gibt es also auch noch. Also nicht easy peasy durchrennen. Meine Waffe macht bei weitem nicht genügend Schaden, als dass ich da irgendwie eine Möglichkeit sehe, ähm, dass ich hier das Ganze, ja, erfolgreich überstehen könnte. Ich mach den Skeletten zum einen zu wenig Schaden und zum anderen hauen niemand einfach zu viel Schaden rein. Wobei man wirklich sagen muss, das Hauptproblem ist wirklich nicht, dass, äh, dass die, äh, zu wenig, dass ich zu wenig Schaden mache, sondern wirklich, dass, ähm, dass die Gegner halt zu viel Schaden machen, ja. Meine Rüstung ist zu schwach. Da, äh, ist die Chance einfach nicht, nicht vorhanden. Also das ist quasi bei null. Ach ja, genau, ich kann mit Bennet fragen, ob er das, ob er mein Schmuckstück heile machen kann. Das hab ich ganz vergessen. Kannst du Schmuckstücke reparieren? Kommt drauf an, ich müsste das Schmuckstück zunächst mal sehen. Kannst du dir dieses Amulett mal angucken? Klar, lass mal sehen. Hm, das ist ne sehr schöne Arbeit, die Fassung ist hinüber. Ich glaube, ich kann es wieder hinkriegen. Wie lange brauchst du dafür? Wenn du es hier lässt und morgen wiederkommst, wird es fertig sein. Ich werd dir noch nicht mal was dafür abknöpfen. Schließlich hast du mich aus dem Bau geholt. Hm, nett. Hier ist das Amulett. Repariere es für mich. Alles klar. Bis morgen werde ich die neue Fassung angepasst haben. Du kannst es dir dann bei mir abholen. Ja, das ist doch schon mal schön. Bring mir bei, wie man magische Erzwaffenschmiede. Solange du keiner von uns bist, werd ich den... Ja, okay, das hatten wir ja schon. Ja, der erklärt mir nicht, nicht magische Erzwaffenschmiede. Sehr schade. Ja, das war doch klar. Hm, wenn ich mir überlege, dass dieses Skelett-Magier, die wir da eben hatten, dass wir die in Gothic 1 auch massenhaft hatten als Gegner und dass die da nie ein Problem waren. Ja, das ist immer bringend ein bisschen lustig. Ist das Amulett fertig? Ja, hier. Ich musste eine neue Fassung für den Stein fertigen. Ich hab die ganze Nacht dran gearbeitet und es ist wie neu. Ich wär mir da nicht so sicher. Sehr schön. Kann hier mir irgendwer noch Stärke beibringen? Torlauf vielleicht? Warte mal, lass den schon wieder her. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Ich sagte, ich könnte dir helfen, nicht ich werde. Solange du keiner von uns bist, kannst du... Ah ja. Gut. Sadly. Er hilft mir nicht. Och, Bulko, du Schwein. Pinkelt der hier einfach hin. Na gut. Liebe Leute, ich mach hier eben kurz ne Pause. Wir hören uns beim nächsten Part wieder und dann geht's hier weiter. mit Let's Play Gothic 2, die Nacht des Rabenmachts Gutschau.